Lernen Sie Ihren BMW in- und auswendig kennen. Die Driver's Guide App ist Ihr digitales Handbuch für alle Fahrzeuginformationen. Starten Sie die BMW Driver's Guide App direkt oder über Ihre My BMW App. Melden Sie sich mit Ihrer BMW ID an oder erstellen Sie eine neue ID. Kleiner Tipp, das Ihre BMW ID zugeordnete Fahrzeug wird automatisch im BMW Driver's Guide angezeigt, falls Sie diesen über die My BMW App öffnen. Laden Sie jetzt die Inhalte für Ihr Fahrzeug herunter. Sobald die Daten geladen sind, können Sie diese auch offline nutzen. Übrigens, es werden sämtliche BMWs ab 1997 unterstützt. Die App bietet alle Details zu Ihrem Modell und seiner Ausstattung nach Themen sortiert, inklusive Reisetipps. Zurück ins Hauptmenü. Klicken Sie auf das Suchsymbol, um intelligente Funktionen zu finden. Die 360-Grad-Ansicht zeigt Ihnen ein 3D-Modell Ihres Autos von außen und innen. Drehen Sie Ihr Smartphone horizontal für eine größere Ansicht und klicken Sie die Aufzählungspunkte für weitere Details. Werfen wir einen Blick in den Innenraum. Mit der Funktion Smart Scan kann Ihre Smartphone-Kamera Bedienelemente im Fahrzeug erkennen. Die zugehörigen Informationen werden dann in der App angezeigt. Entdecken Sie weitere Highlights anhand unserer Demo-Fahrzeuge. Noch Fragen? Laden Sie die BMW Driver's Guide App herunter und sehen Sie sich weitere How-To-Videos an, um das Beste aus Ihrem BMW herauszuholen. Dann Sie die wählen. Dann Sie sich mehrereótomen. Dann Sie sich nämlich auf die einzelnen Projekte und lassen Sie die Kaminade und die Kaminade. Dann Sie sich nur noch alle Kaminade in der App angezeigt. Das ist aber auch für ein Kaminade und die Kaminade. Das ist aber für Kaminade.